So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims. Ich heiße euch herzlich willkommen. So, unsere beiden Genies sind voll am Arbeiten. Die Schwartz, ne, Chantal und Franz. Chantal versucht sich ein bisschen Charisma aufzubauen. Das klingt hier bestimmt auch. Hm. So ein bisschen Triss unsere Wurmen. Ich weiß nicht, sollen wir schon mal was Neues kaufen? Wir können mal gucken, ob wir beide verkupeln können. Dass wir auch in einem Bett schlafen. Dann können wir uns ein schönes neues Bett kaufen. Hm, ne? Vielleicht soll man erst noch warten, bis er den dritten Fähigkeitspunkt erreicht hat. Sie kann ja auch. Kann man vielleicht auch Koch lernen oder so was? Was hat sie? Ärger, Luft machen. Was hat sie denn immer? Ach so. Ach so. Verzeihung. Ja, trainieren wir mal. Ich glaube, ich kaufe ihr noch irgendwann mal eine Handelbank oder sowas. Noch mehr Sit-ups, komm. Zeig mir, was du kannst. Das hört sich nicht gut an. Vollein, du weißt, was das heißt. Du bist die Expertin. Stirb bitte nicht dabei. Musst dich auch schon mal sehen. Das wäre echt schade. Guck mal, er hat gleich seinen Punkt erreicht. Hier, ihm geht's. Okay. Sie natürlich unwohl, weil es natürlich alles scheiße aussieht hier. Komm, mach zu. Perfekt hier aufwischen. Und schon geht's ihr bestimmt wieder gut. Das ersetzen. Kann man das nicht putzen? Verbessern. Verbessere das mal. Das kann ich auch noch nicht verbessern. Robuste Armaturen. Oh, sie ist ganz schön schäbig irgendwie aus, ne? Wahrscheinlich wegen dem Feuer, ne? Oh, oh, oh. Müssen wir es mal ersetzen. Können wir auch irgendwas verbessern? Ne. Hier. Was habt ihr denn? Aua, Finger eingeklemmt. Oh. Das tut mir jetzt leid. Guck mal, ich glaub, sie muss doch jetzt gleich zur Arbeit, ne? Genau. Gucken wir mal, dass sie fertig wird hier. Geh nochmal pinkeln, das geht immer. Ah. Oh, unsere technischen Embryos hier. Du bist völlig fertig, Frau, ne? Ja. Das ist, glaub ich, speichern. 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 Ja, mir ist schon mal passiert. Ich hab schon mal stundenlang gespielt. Und auf einmal hatte ich das Spiel aufgehängt. Und dann war alles weg. So, Erd noch ein bisschen bis zur Arbeit, ne? Genau. Ja, kann machen, was er will. Machen wir ein bisschen, was du willst. So einfach. Wie verrückt aufwischen. Okay, Fräulein. Ähm. Geh schlafen. Definitiv die beste Idee. So, sieht ganz doll Hunger. Wie sieht's mit ihm aus? Auch Hunger. Aber sie ist gut im Kochen. So, wacht mal auf hier. Ihr seid fertig. So, ich zwert mal gesagt, sie ist gut. Ich mach hier mal Frühstück servieren. Eier und Toast. Und er ganz schnell abbrechen hier, dass er irgendwas machen will. Nein, 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 nein. Oh, zu spät. So, Meister, mach das nicht mal fertig. Ach, fertig. Hm. Ich lass hier einfach selber für sich sorgen, glaube ich, langsam. Ja, erinnert auch einen Teller. So, jetzt muss er seinen komischen Fraß da essen. Mit seiner tierischen Kochfähigkeit da. Man. So, das ist auch einfach. Duschen. Zack. Nicht Dach. Oh, du bist ein Vogel, ey. Ich nehme dir was Leckes zu essen hier. So, sie muss um, 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 um. Eine Stunde, ne? Genau, von der Elf. Ich vergesse das immer. Ich bin so vergesslich. Hier kannst du ein bisschen was essen. Komm. Schieb dir ein bisschen was rein. Fähigkeiten brauchst du. Doch. Level 2 der Schreibfähigkeit. Schreibe Bücher am Computer. Okay. Hm. Gut für die Zukunft. Muss sie dann bald. Bücher schreiben. Ne, haben wir doch schon erreicht hier. So, was kann er machen. Ach, spiel nicht mit deinem Handy rum hier. Verwende die Toilette lieber hier. Ach, auch sie kann nur was verbessern, weil sie ja, weil sie ja schon Reparaturfähigkeiten hat. Genau. Spinn, ey. Gut, so Hygiene ist im Arsch. So, dann tuschen. Ähm, ein Popo. Ah, ist das so? Schripp. Ha, ha, ha. So, mach dich nützlich. Äh. Genau, alles aufräumen. Oh, coquett. Dann schweiß. So, er will irgendwas kaufen, wert von 500 Dollar. So, dann können wir mal gucken, ob wir irgendwas kaufen zur Aktivität oder so. Vielleicht kriegen wir eine Handgelbank oder sowas. Hm. Oh, hier ist so ein Schreinertisch. So, wo stellen wir den hin? Wollen wir den draußen entstellen? Hier, in den Garten. Stellen wir den mal da hin. 150 Mücken. Und dann müssen wir noch mal hier ein bisschen da Boden machen. Fliesen oder sowas. Was sind wir da vorne? Vorne haben wir diese Art. Was war hier? Da. Machen wir es einmal einfach. Einmal hier so eine kleine Genau, stell doch mal was her hier, Meister, Frau Bar. Per das Skulptur. So, mal gucken. Ich glaube, wir können auch die Skulpturen später verkaufen. Ich weiß, früher gab es auch so mal Gartenzwerge. Ich weiß nicht, dass man Gartenzwerge bauen konnte. Eigentlich habe ich das Ding dann nur für unsere Fräulein Schandal gekauft. Sieh im Inventar deines Sims nach. Wo ist jetzt mein Inventar? Im Baumodus? Inventar. Kann man verkaufen. Edelstall und Mart. So, was können wir uns hier hinstellen? Das ist doch cool. Aber ich dachte, wir haben jetzt eine Pferdeskulptur hergestellt. Verstehe jetzt nicht ganz. So. 15 Kunstwerke besitzen. Ja gut, in einem Fairhouse wird von 50.000 haben. Oh. Naja, naja, naja. Ich hole doch mal einen Kaffee. 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 Ich finde die Qualität ganz geil von dem Spiel eigentlich. Hier, einen neuen Besitz bewundern. Freudig. Ja, genau. Ja. Neuen Besitz wird von 100 kaufen. Ja, 100. Ja, toll. Oh, was können wir denn kaufen? Wo wir was kaufen, wieder Geld ausgeben? Ich weiß ja nicht. Am besten irgendwas Sinnvolles, was wir gebrauchen können. Oh, hier, guck mal. Laufband, oder? 900.500. Hier ein Laufband könnten wir hier kaufen. So, können wir das hier hinstellen? Ja. Ach, Quatsch. Speichern wir einmal. War zwar nicht so gewollt jetzt, aber gut. So, läuft noch los. Hier, bewundern wir dann noch dieses energiegeladenes Training hier. Feuer frei. Die Frage ist, ist es jetzt zu laut, wenn einer schläft? Wacht dann einer von mir auf? Au, aua. Er hat aua gemacht. Eine Holzarbeit. Na ja, gut. Ah, he, he, braut. Ah, uh. So, sehr gut hier. Geh mal pinkeln. Keine Ahnung. Schnell duschen. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll jetzt hier. Komm, mal Arbeit erst in 60 Stunden. Viel zu früh zum Schlafen gehen. Du könntest noch hier irgendwas lernen. Hier programmieren. Plug-in programmieren. Noch ein Plug-in programmieren. So, was hat sie denn jetzt? Pool von mindestens einmal einen Bäder kaufen. Ja, toll. Ihr Freund zu werden. Anmachspruch. Mach ihn mal an hier. Also, wir wollen jetzt mal gucken, wie wir den ersten Kuss starten können. Sie ist kokett, er ist kokett. Oh, das kriegen wir hin. Wie, das war's? Hier erst einen Kuss erleben. Hier auch, komm. Brich ab hier. Oh, ja, ja, ja. Oh, in a bosh. Oh, ja, ja, ja. Oh. Sie ist hervorragend. Was können sie noch machen? Muss man ein bisschen hier die Stimmung anheizen. Ja, Meisterprober, ne, geht ab. Mehr Auswahl. Romantik. Also bestimmt hier, heute haben wir ein Getränk hier. Mit hohe Energie hier auch. Da stinkst du. Trink doch zusammen mal einen Kaffee hier. Oh, oh, sie muss, sie muss, sie muss auf Pipi. So, sie muss, in 13 Stunden muss sie wieder zur Arbeit. Okay, er muss in 12 Stunden zur Arbeit. Dann hätte ich gesagt, Leute, feiern. Ab ins Bettchen. Du auch, ja. Ja, da schlafen sie. So, müsste irgendjemand was erlernen. Genau, sie muss die Schreibfähigkeit noch erlernen. In Zukunft so 5 Stunden muss zur Arbeit. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Geh erstmal pinkeln, pinkeln, duschen. Duschen muss er nicht. Geht los. Oh, träumt ihr von ihm? Vielleicht, ne? So, mach mal Frühstück. Hast dir die Hände gehört? Geht los. Genau, Kochfähigkeit. Ähm. Level 3. Was macht sie denn? Du musst auch mal aufstehen. Genau. Und nimm dir was von dem leckeren Essen. Ja. Sie in 5 stoppen. In 4 stoppen. Zugang muss man ein bisschen Videospiel spielen. Und wenn er seine Tagesaufgabe vollkriegt. Sie? Was muss sie noch? Deine Tagesaufgabe war Bücher lesen. Och ne, oder? Ich darf ein bisschen bessere Sachen kaufen hier. Na ja. Oh. Äh. Swearab? Let's help! Oh. Meh. Skumna, too. Hm. Hm. Oh. So, 50% hat er. Ihm geht's auch sonst wunderbar. Aber er hat noch 2 Stunden. Na, vielleicht klappt er das. Hm. Oh. Wem lassen wir... Wem... Wem... Ja, aber muss noch eine Stunde bei der Arbeit sein. Wissen wir. Ja, schaffen wir. Was, 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 was? So, eben sind die Rechnungen im Briefkasten eingefladdert. Du hast Schulden in Höhe von 387. Struber, Struber! 48 Stunden zu bezahlen, okay. Okay. So, Fräule muss weiterlesen. Dann machen wir nachher. Macht nach der Arbeit. Nach der getanen Arbeit. Mhm. So, abgeschlossen. So, Meisterlampe. Zack. Dann machen wir hier... Könntest du mal hinmachen. Hoho, la, Mida. Oh. Legs auf dem Höck hier. Und dann geht's zur Arbeit. Genau, zur Arbeit. Sie kann duschen. Naja. Ich wollte sie eigentlich reparieren lassen jetzt noch. Nieso? Mir geht's immer so schlecht, wenn hier alles kaputt ist. Ach, sie macht sauber. Au. 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 Ich kann's schon mal reparieren. Vielleicht schaffst du's noch. Vielleicht schaffst du's noch. Bist doch schlau. Kannst du's so gut reparieren. So, abbrechen, ab zur Arbeit. Na halt, das zum Feiern. Lassen wir die Wasserlache noch ein bisschen größer werden. So, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.